Regionalmanagement Landkreis Bad Kissingen, Projektmanagement Generation V bis Z präsentieren. Vortrag Pflegefall was nun? Referentin Monika Dürr, Fachstelle für pflegende Angehörige Münnerstadt. Teil 1 Pflegefall, Übersicht und Allgemeines. Corona-bedingt haben wir den Vortrag digitalisiert, um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Informationen zur Verfügung zu stellen. Unser herzlicher Dank gilt der Referentin Monika Dürr. Guten Tag, ich begrüße Sie im Namen des Landkreises Bad Kissingen und der Julius-Fachstelle für pflegende Angehörige ganz herzlich zu unserem Vortrag Pflegefall was nun? Zunächst ein kurzer Überblick über die einzelnen Abschnitte unseres Vortrages. Wir beginnen mit der Pflege im Allgemeinen. Warum ist die Pflege ein Thema mit zunehmender Bedeutung? Was bedeutet Pflegebedürftigkeit? Was ist ein Pflegefall? Und was sind die Ursachen für Pflegebedürftigkeit? Wir haben eine Checkliste erstellt, was wir tun können und sollten im Pflegefall. Zum Abschluss sprechen wir noch über vorsorgende präventive Maßnahmen, um auf einen eventuellen Pflegefall besser vorbereitet zu sein. Wie wir wissen, nimmt die Zahl der Pflegebedürftigkeit aufgrund der demografischen Entwicklung immer weiter zu. Wir sehen hier eine Statistik, eine Grafik, die zeigt, dass es zukünftig mehr Pflegebedürftigkeit geben wird. Das sehen wir anhand der orangenen Linie. Jetzt kommen wir zur Definition von Pflegebedürftigkeit. Was ist ein Pflegefall? Nach dem Gesetz SGB XI § 14 Absatz 1 bedeutet Pflegebedürftig, wenn Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder und seelischen Krankheit oder Behinderung in erheblichem oder höherem Maße auf Dauer mindestens sechs Monate der Hilfe bei den Verrichtungen des täglichen Lebens bedürfen. Pflegebedürftig können bereits kleine Kinder sein, Säuglinge sogar und sehr alte Menschen, aber auch Menschen jeglichen Alters können pflegebedürftig werden oder sein. Betroffen sind bei Pflegebedürftigkeit vor allem folgende Bereiche. Einmal der Bereich der Körperpflege, dass wir Hilfe brauchen beim Duschen, Zähneputzen, wir sehen sie auf dem Bild, Haare kämmen beim Toilettengang. Dann im Bereich der Ernährung, dass wir Hilfe brauchen, dass das Essen zubereitet wird, dass vielleicht jemand mir beim Essen hilft, Essen eingeben hilft und eben auch der weiteren Versorgung, was mit Ernährung alles zusammenhängt. Dann noch der große Bereich auch der Mobilität, wenn die Mobilität, die Bewegung eingeschränkt ist. In all diesen Bereichen können wir vielleicht eine Grundpflege benötigen und auch vielleicht Betreuung, Anleitung, Hilfe, Unterstützung, Beaufsichtigung. Zudem ist immer auch vielleicht noch Unterstützung im Alltag notwendig, zum Beispiel bei der hauswirtschaftlichen Versorgung, beim Einkaufen, zum Arztfahren und bei all diesen Dingen. Jetzt kommen wir zu den Ursachen für Pflegebedürftigkeit. Die Ursachen können sein chronische Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Rheuma, Herzschwäche, Stoffwechselerkrankungen und ähnliches. Und dann natürlich so plötzliche Ereignisse wie Schlaganfall, Herzinfarkt und Unfälle unterschiedlichster Art. Krebserkrankungen, psychische Erkrankungen, neurologische Erkrankungen und orthopädische Erkrankungen, sowie Stürze. Pflegebedürftigkeit kann ganz abrupt kommen, ganz spontan, aber sie kann auch schleichend sich entwickeln. Das hängt auch von der jeweiligen Erkrankung dann eben ab. Durch die Pflegebedürftigkeit ist in der Regel die Situation der Angehörigen, das heißt der Lebens- und Ehepartner oder vielleicht auch der Kinder dann eben, in vielen Bereichen ihres Lebens eingeschränkt und dann oft problembehaftet. Wie zum Beispiel im Ehe- und Familienleben, Rollenkonflikte, Scham, Schlaf und Ruhe, soziale Kontakte, körperliche Beanspruchung ist sehr hoch in der Regel, Zukunftssorgen, finanzielle Einschränkungen, vor allem auch dann die emotionale Belastung und die Probleme in der Organisation der Pflege. Initiiert vom Projektmanagement Generation V bis Z. Weiter geht's mit Teil 2. Was tun im Pflegefall? Akkü character Schmidt Essentlität vor dem Projektmanagement Generation V bis rezistation Okkü achetですね Ausatmen